Während die Insekten versuchen, an den Nektar zu gelangen, berühren sie die Staubbeutel der Blüte und die Pollen bleiben am behaarten Körper der Insekten haften. Beim Besuch einer nächsten Blüte bleiben einige Pollenkörner auf der Narbe kleben und bestäuben diese dadurch. Wird dabei eine Blüte der gleichen Art bestäubt, wächst ein Pollen-Schlauch durch die Narbe und den Griffel und dringt in die Samenanlage im Fruchtknoten ein. Die männliche Geschlechtszelle verschmilzt mit der weiblichen Eizelle. Die Kirschblüte ist jetzt befruchtet. Nach der Befruchtung fallen die Blütenblätter und die Staubblätter ab. Griffel und Narbe vertrocknen. Der Fruchtknoten schwillt an und bildet die Fruchtwand. Bei der reifen Kirsche besteht sie aus der Haut, dem Fruchtfleisch und dem harten Kern der Kirsche. Aus der befruchteten Samenanlage ist währenddessen im Inneren des Kerns der Samen der Kirsche entstanden. Wenn der Kirschkern mit dem Samen in den Boden gelangt, kann er auskeimen und zu einem neuen Baum heranwachsen.